Yo Leute, das was ihr jetzt seht ist so ein kleines Best of, das ist der Teil 1 von dem ganzen, von meinem ganzen Kanal, also außer die Streams, die hab ich nicht mehr reingenommen, aber so die ganzen Videos mit so verschiedenen Gästen hab ich so ein bisschen zusammengeschnitten, ich hoffe das gefällt euch und ja jetzt kommt erstmal das Intro, viel Spaß. Es ist immer sehr schön, wenn man nicht sieht, ob das Aufnahmeprogramm aufnimmt, aber es nimmt auf und damit herzlich willkommen. So, ja hier ist ein kleiner Hebel. Warum hast du bloß zwei Redstone-Fackeln? Redstone? Ja, ist Redstone, ist klar. So, das war genug gesehen, ich hätte die Endertour nicht öffnen sollen, das war ein großer Fehler, egal. Weitere Folge, Minecraft Server, ich glaub ich meinst, oh, wer ist denn das? Ui! Ähm, vielleicht kannst du es, äh, heißen das. Und jetzt war's wieder mit einer weiteren Folge von Minecraft Server. Nein, wir wollen das bitte nicht, lass es, lass es bitte. Oh ja! Und jetzt nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Nichts ist unmöglich, Toyota. Karibik gekaut. Seit wann ist das kaum um mich? Egal. Äh, ich meine, ähm, äh, ich meine, ähm, ich war, ich, 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 ja, 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 ich hab's bemerkt, okay, okay. Nicht vergraben, böser Mensch. Au. Au. Au, okay, ich hab mich geohrfeikt. Au. Achso, ich dachte, du hast auf der Tastatur rum. Ich hab mir in die Fresse geschlagen. Ich müsste meiner vielleicht mal rausholen hier. Du hast keine Tastatur? Hä? Ich hab, ähm, ich hab ne Laptop-Tastatur und ich hab ne spezielle... Hä, ihr habt ne Tastatur und das hätt ich ja jetzt gar nicht bekommen. Hallo Welt, kennt ihr nicht? Okay, Entschuldigung. Jetzt hab ich's auch gemacht. Och Mann, jetzt ist das ganze Video für den Arsch. Eiea! Okay. Okay, wir nehmen übrigens schon seit elf Minuten auf. Ölf. Ölf. Ölf mit Ö. Ölf. Ölfen und Zwölfen. Ha. Ja, auf dem Zeugnis, ne? Nein, Ölfen und Zwölfen, kennt ihr nicht? Nein. Elfen und Zwölfen. Eiea, ich nenne mein Kind mal da. Das sah mein Handy aus, weil mein PC irgendwie Spackungen hatte. Spackungen. Und jedes Mal, wenn ich nachtsgekrieg hab, da kam einfach die, dass er klingelt war. Spackungen? Mhm. Ah, Spackungen. Hä? Sagt ihr das nicht? Nein. Ups. Das war's nicht. Fie, Fie, Fie. Ich wollte eigentlich Ficken sagen, jetzt hab ich's doch gesagt. Die Empor-Schäbe. Okay. Das war nicht von mir. Jetzt hab ich auch noch Ohrenkrebs, hab ich auch noch wenig Augenkrebs hatte von diesem Ich hab ein ganz tolles Hühnchen-Geräusch und dann geht einer raus und schickt einen Niggit ein. Niggit. Niggit, Figgit, Faggit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nutzungsbedingungen von YouTube. Auswendig. Nein, nicht auswendig, aber man sollte sie grob kennen, damit man überhaupt einen YouTube-Schenkel haben darf. Ja, ist klar, ich weiß. Wir lernen jetzt sprechen. Nein, theoretisch kann ich dir die Kacke schneiden. Nimm die Schere. Schneid dir die Scheiße ab. Schneid dir die Scheiße ab? Äh. Okay. Wir beide halten jetzt den Mund und Anto macht das noch schnelles Jampon an. Figi, Figi. Und Klapp halten. Alter. Nee. Scheiße, will mich noch verkackt. Ach ja. Oh. Ja, das war ne lustig. Ey, redet mal weiter. Das fühlt sich an, als würde ich selbst Gespräche fühlen. Ja. Ich hab, ich hab da Lust, danach Lust noch ein Video aufzunehmen. Nein. Du bist einfach Partner Channel von mir. Du hast gesagt, wir sollen das Baul halten. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Pssst. Haltet einfach eure Fräsen. Ich bin bei den Haia Bettys nochmal so. By the way. Wisst ihr wo ich bin? 22 Minuten 16. Echt? Jaja, das steht auch oben, wie lange wir schon im Jump'n'Run sind. Aber da sind's 17 Minuten. Achso, ne, Quatsch. Ne, bei mir sind's 22. Ja, bei uns ist's auch angehalten, Mensch. Oh, wirklich? Achso. Nice. Das, das geht, das läuft weiter, aber nicht. Es ist Obst im Haus. Ja, das ist hin. Ja, und Nuggets. Und Buletten. Hm. Also essen fühlt sich immer gut. Hast du dich jetzt beruhigt? Beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Ich hab, äh, ich hab mal in der Küche. Genau, wir diskutieren jetzt weiter. Ja, gut. Äh, Käsewurst. XX Käsewurst XX. Käsewurst. Stimmt, Sophia. Ich hab ein richtig dummes Chip, ey. Sophia, stimmt's? Das hätt ich immer Käse. Nein, Käsewurst. Ich nenn's Käsewurst. Nein, so ne... Ey, Leute. Käsewurst klingt wie ein richtig dümmliches Shipping aus Rehner Käse und Brotwurst. Was? Brotwurst? Was ist ein Brotwurst? Das ist ein YouTuber. Komm. Ja, mach doch mehr Werbung, du bist. Ja, gut. Ich wusste ja doch voll. Ich glaub, das Peinliche daran ist eher diese Frage, was ist ein Brotwurst? Mein ***, was ist dein Problem damit, wenn wir das Jump'n'Run verlassen? Äh, ja, verlass mich! Nein, dass du auch verlässt, mein ich. Ich habe mein Mathebuch vor ein paar Tagen hier unten vergessen. Nice. Hä? Wer legt denn sein Mathebuch? Achso doch. Nun schreibe ich morgen leider diese wichtige Klassenarbeit. Ich muss es finden. Damit ich ordentlich lernen kann. Sonst komme ich nicht... Sonst komme ich schlechte Noten. Aufgabe, such das... Such das vergessene Mathebuch, Mann. Schwör. Ich hab diesen Sprung gehst. Äh, äh. Kleine Spende! Kleine Spende! Kleine Spende! Ich hab mir grad voll auf die Hand gerotzt. Das ist echt abartig. Ne. Ach, Mann. Ach, ja. Ich, wieso, hab ich... Kack. Exakt. Kackfratze. Mann. Neee. Ich, wieso, hab ich Kack. Ich kotte mir gleich selber ins Gesicht, Alter. Richtig fett. So richtig harter Bolzen einfach. Bist du wirklich so gelenkig? Vielleicht. Möglich. B- Aber ist besser als diese komische Aids-Kacke von gestern. Vorgestern. Vor, vorgestern? Keine Ahnung. Ich hab grad Aids-Kacke gesagt. Aids-Kacke? Ihhh, Alter, wie eklig. Das wäre so eine Aids-Kacke, Alter. So ein Kackenbolzen, der einfach ansteckend ist. Ach, so infizierend. Liegt in so einem Museum. In so einer Schale. Hochsicherheitsbewacht. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Minecraft. Und zwar spielen wir heute den Spielmodus. Heute spielen wir Cowboys and Indians auf dem Hive MC Server. Finde ich ganz gut, weil ab und zu muss das einfach mal sein, dass man... Was hat der für eine Range? Was? Was? Was hat der denn für eine Range, man? Was? So, wer hat mich gekillt? Ähm. Was? Der hat mega gehackt gerade. Der wollte fliegen. Gut, dass ich es in der Aufnahme habe. Nice. Und damit herzlich willkommen mal wieder mit einem wunderschönen... Mit einem wunderschönen... Ähm, wir spielen wieder CAI. Und uns läuft unten du durch die Kamera. Ähm, okay. Ach was, ich hör einfach rein. Passt schon. Alter. Ich bin... When the beat drops... Ah, man. Geile Mama. Das ist richtig strange. Wo bist denn du gerade? Ich hab keine Ahnung. Hier? Lol. Jetzt verteidigt er dir natürlich. Und vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da, wie ich schon gesagt habe. Und abonnieren nicht vergessen. Und zeigt es auch euren Freunden. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.